Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit der Familie. Ja, schwungvoll geht es weiter in dieser Aufnahmesession. Die dritte Folge in dieser Aufnahmesession mit dem Adrian. Hallo Adrian. Hallo. Mit der Jasmin. Hallo Jasmin. Hallöle. Und auch der Papa ist noch am Start. Er schreit schon vor, Herr Ding Dong. Ja, die Kinder sind da noch, was weiß ich, am Angeln, glaube ich, damit sie XP kriegen. Und Papa arbeitet noch fleißig am Tunnel, während ich mir hier noch ein bisschen Mühe gebe, nochmal den Villagern ein neues Zuhause zu geben. Ja, apropos Villager, wo sind die? Ach, die sind hier alle in einem Haus hier drin. Ja, in dem großen, ja, ja, ich weiß. Ah, ja. Die trauen sich nicht raus, wegen dem Angriff. Seitdem sind die nämlich da drin. Ich glaube, ein Pass macht. Trauen sich nicht raus. Tatsächlich. Hm, ich brauche eine, ne, 43 Level. Ich habe 18. Woher willst du die denn nehmen, bitte? Ja, freut mich gerade auch. 43. Der ist hier, ja, für einmal Plünderung und einmal Schärfe. Hier deine Bezahlung. Oha. Und noch was hier. Oha. Ein Fisch in dein Gesicht. Oh my gosh, Fisch. Ohne Worte. Hä, was war da denn jetzt falsch? Nix, nix, nix. Alles schick. Ja, wir lieben Fische. Ja. Nur nicht in real life. Mhm. Weil das Tolle dabei ist, oh my gosh, wohlgemerkt, mein besseres Wortspiel gibt es doch gar nicht. Das ist doch ganz wunderbar. Ich sage dazu nix mehr. Ich schweige. Also, wer das Wortspiel verstanden hat, schreibt das gerne mal in das Video. Ja, genau. Ich habe es nicht verstanden. Ja, das war mir schon klar. Aber deswegen sage ich ja, wer das verstanden hat, schreibt es mal in das Video, um unsere Kultur-Banausen hier mal zu, ne? Dass die mal was lernen. Was ist Kultur? Was ist Kultur? Das ist genau das gleiche in Grün. Was ist Kultur? Genau, das sind meine Kinder, aua. Hä? Ich habe das doch gar nicht gefragt. Aber gedacht. Nein. Nein. Ich weiß noch, was Kultur ist. Ja, ich hatte in Gesellschaft, ja, irgendwas mit Frankreich und so. Frankreich. 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 War das Frankreich? Ich glaube schon mit Louis, der 14. und 16. und was weiß ich. Wann hattest du das? Äh, ja, letztes Halbjahr. Achso. Ja, das bekomme ich erst. Später. Bald. Ist das Thema schwer? Wenn meine... Es geht. Wenn meine Lehren das sehen würde, wäre sie stolz auf mich. Dass ich jetzt überhaupt noch im Kopf habe. Ja. Das war nicht umsonst. Es ist gut. Okay. Es war nicht umsonst. Genau 19 Level. Mir fehlen jetzt noch. Erst wenn du hast ein gutes Gehirn im Motto. Nicht... Was? Hallo, hallo. Oh, 43 Level. Ich habe jetzt gerade 19. Wie viel brauche ich noch? 4, 10. Was wird es dunkel? Oder 24. Ja, 24. Ich glaube, es wird dunkel. Ja, wird es auch. Was glaubst du nicht, es wird auch noch. Noch zwei, noch zwei, komm schon. Komm schon. Der ist Expertin. Wofür kriegt es am schnellsten noch 24 Level her? Äh, ich denke mal, du solltest dich ein bisschen bei Rikos Farm hinstellen. Oder du hältst dich in der Nähe von unserer Farm auf. Ja, ich gehe lieber zu Rikos. Du könntest ja auch noch bei den Kakteen ein bisschen ernten und bei den... Ja, zu spät. Ich bin jetzt schon leider bei Riko. Ich gehe jetzt hier mal ins... Hände ich schon? Achso. Nein, ich gehe hier nicht rein. Da ist eine Spinne drin. Och, wow. Ich gehe hier rein. Und mein Wintergarten ist eine Spinne. Guck, du sagst immer, die frisst dich jetzt auf und so, ne? Ja. Hallo, das ist Real Life, wo ich das sage. Ihr verwechselt gerade mal Real Life mit Minecraft. Ja, wow, so eine Spinne hast du auch in Minecraft Angst. Ja, und ihr lauft vor Babyspinnen weg, also. Nein, Babyspinnen sind okay, aber größere Sprinnen, die auf mich zulaufen, davor kriege ich Panik. Ich liebe euch. Plus unseren Bruder, noch. Wer geht jetzt, wer geht jetzt bitte mal die Spinne da in meinem... In meiner Dinge töten. Komm, Killing, doch. Oh, Killing, doch. Jetzt wärst du... Oh, Mann. Killing, doch. Ich bin die Rötterin in der Not. Mhm. Not? Not. Ich bin gerade stört auf mich, dass ich mich nicht als männlich bezeichnet habe. Not, gichte Elend, genau. Ich hab ne Axt bekommen, noch vor dem Kampf. Riese. Hast du meine Spinne getötet? Ja. Und ich hab sogar XP bekommen. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Dankeschön. Jess. Das ist nur ein Problem. Die, die Axt, ich, als wir ja den Oberfeuer hatten, äh, die hat ne Axt, der hat 0,9 Angriffsgeschwindigkeit. Wow. Sogar schneller als so ne, äh, 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 zum Dermanschleht. Und das Ding ist, die macht auch neuen Schaden. Yo. Geil. Donne. So, dann stehe ich, stehe ich mal hier ein paar Schnütchen. Miau. Katze. Okay, ich geh jetzt planen. Ich geh jetzt planen. Du warst immer noch nicht planen. Drei dritte Folge und du hast immer noch nicht geplant. Ja, ich mach nie das, was ich sage. Ja, ich merk das schon. Also zumindest ist es nicht. Doch, eigentlich mach ich schon, was ich sage, aber in den Aufnahmen ist es immer schwierig, weil ich dann da hingehe und dann noch da hingehe. Ja, ja. Ein Leben nur bekommen. Das ist ein bisschen schwierig, dann nur. Tricky. Tricky. Und das Ding ist halt, ich hab keine Erde zum vorbauen. Ihr habt noch nie mal die Lianen an meinem Turm gesehen, ja? Nein, den haben wir nicht. Also es ist immer ruhig. Es ist immer ruhig. Wir sind still, nicht ruhig. Wir haben viel zu tun. Viel Stress, weißt du das? Hat jemand Erde? Ich hab Erde. Gib. Gib. Bitte. Gib. Ja, in mein Lager. Okay, ich geh. Ich geh ja. Oh, schau. Das sind paar Stacks. Willst du mich verfischen? Oh, Jess, das sind schon Grasblöcke. Ne, Grasblöcke brauch ich nicht. Habe ich schon zwei. Ja, egal. Von Endermannern. Warum kommt ihr denn hier nicht raus? Ist doch alles gut. Die waren schon draußen. Okay. Der Farmer war schon draußen. Aber der andere noch nicht. Ja, du musst die Türen einmal auf uns machen, weil ich glaub, die checken nicht, dass die auf sind oder so, klar. Das sind die absoluten Nullchecker, ey. Ich frag mich, wie man sein Lager nicht sortieren kann. Das hast du gefunden? Noch nicht. Ich bin grad erst umgekommen. Guck mal, es sind doch viele Steaks. Mhm. Ich hab mir jetzt drei Steaks genommen. Okay. Und dein Hund bellt mich an. Mein Ernst. Das muss immer noch. Oh, ich muss noch so viel. Schon gut. Hab mich nichts gefragt. So. Seh ich aber anders. Du siehst, weißt du, ganz ehrlich, mit den Augen könnte ich nicht mal gerade auskicken. Sag sie jeden Tag am PC ist auch. Das Ding ist halt, ich bin die Einzige, wo die Augen noch richtig funktionieren. Bei mir nicht. Bei mir sind die extrem schlecht. Also ist ja auch herzlich als Beleidigung gemeint, sondern es ist einfach so. Dass du auch ab und zu mal vier am PC wisst. Mhm. Ja, meine beste Freundin ist nicht so viel am PC und hat trotzdem Augenprobleme und jetzt? Was Freunde? Ja, im Gegensatz zu dir. Hallo, hallo. Ja, das ist die Kappe mit Tessen. Ich nenne es auch mal als Begrüßung hässlich. Ja, ohne ich nicht. Nur, dass ich jetzt mit nur mehr Neffe. Warum hab ich jetzt auf einmal Bombus aufgesammelt? Das weiß ich nicht. Achso, das ist von der Seite. Wir blöden. Ja, deswegen. Da hab ich auch das Bombus genommen. Wir helfen uns immer gegenseitig. Also ich am meisten. Allein ist wirklich so, wir gehen in den Tests. Hallo, Herr Sloan. Hallo, Herr Sloan. Ja, und ich disse jetzt die ganze Zeit. Ja, traurig aber wahr. Das läuft halt immer so, das ist wirklich traurig. Aber warte mal, Mama, du hast mich heute beim Frühstück auf eine Idee gebracht. Was? Ich hab gar nichts gesagt. Du meintest ja, dass wir Gerüste erbauen können. Ja, genau. Jetzt geh ich mal mein schönes Bambus. Kriegt man unser VWXP jetzt mini? Sorte. Und ich baue mir hier immer meine Kackstifte und 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 und. Ja, vielleicht ist es mir gerade eingefallen, weil ich ja mein Projekt bauen wollte und dann Haus bauen. Ja, da ist Bambus gerüstet. Ey, was soll das? Gitter war ich nicht. Aid? Das ist dann Aid. Nimm das jetzt hier raus, oder du bist ein totes Kind. Aber das ist scharf gerade drin. Mit dem Arsch. Ja. Wir müssen noch Jepp machen. Jepp? Jepp. Schlimm des Wien. Nein, müssen wir nicht. Doch. Wurden kommt Jepp brauchen einen Raum. Mit B oder mit P? Jepp mit B, glaube ich. Aber unterst... Ja, mit zwei Bs. Nein, mit einem. Mit zwei? Kenn ich mich immer an. Ich nicht. Ja, dann versuch's mit einem B. Ja, warte. Es gibt sowas, das heißt. Jepp, du brauchst deinen eigenen Raum, Jepp. Der braucht einen heiligen Raum. Weißt du, was ich meine? Hm, der Ex auf der Jepp. Jepp doch heißt mit einem B. Und krumm? Weiß ich nicht, ist mir jetzt egal, es geht mir nur um Jepp. Ja, und krumm. Ja, nee, es geht nur um Jepp. Das ist... Das ist wie ein Willenball. Seid ihr Ernst? Also Jepp kenne ich schon seitdem... Jepp kennt, ja? Seitdem wir Jepp kennen. Wie lange, weiß ich gerade auch noch nicht. Da bist du jetzt, Min. I see you, I can. Äh, man braucht ja auch noch Fäden. Ja, sowas. So. Was machst du da? Was muss in das... Was muss in das Villagerhaus rein? Betten und ne Truhe, oder nicht? Äh, Betten... Du kannst auch ne Crafting Table oder so. Du kannst auch da ein Treppe reinstellen. Du kannst da auch... Mich kann mir auch ein Knopf an ne Backe nageln, ist mir schon klar. Du kannst da sehr vieles... Nein, ich mein es ernst. Manche haben ne Treppe drin, manche ne Craftingman, manche ne Truhe. Manchmal, manche Leute, manche Leute, einfach nur Erde da drin. Manche Leute haben Adrien. Ah, ich bin bei dir, ich bin. Tschüss. Also habe ich jetzt ein schönes... Und mein schönes... Du kannst keine Zeit, wirklich. Schönes Villagerhaus. Ich hab die Karte, ich hab gerade schon drauf gemacht. Okay, du hast mit der Finde. Ich hab Gerüste. Ich hab Wasserläufer. Ich bin der schnellst du im Wasser. Bin ich auch. Ich hab Wasserläufer 1 drauf. So. Ich würde sagen, das erste ist fertig. Darf ich gucken? Entschuldigung. Na, mein Großer, ich hab ein neues Haus für deine Babys gemacht. Du brauchst mich gar nicht so angucken, du. Ich will jetzt Game Mut haben. Nee. Und mich schnell Erfahrungspunkte holen. Nee. Amors, mein Freund. Amors. Erfahrungspunkte, Jess. Dann aggär dafür. Dann aggär dafür. Oh, geil. Du hast auch kein Ja. Du hattest noch nie in deinem Leben 40 Erfahrungen. Also... Da ist mir eine Brücke gefallen. Hast du nicht gesehen? Ich hatte wenigstens schon mal... Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Warte, still, 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 still. Still, still. Ich meinst du? Achso. Uh, danke. Still, du stirbst. das ist noch nicht existent ich überlege mir wo er hinkommt das haus aber auch du hast die decke nicht zu ich glaube dass die decke nicht aus rein jetzt nicht gemacht doch ja bei mir ist es ja auch ein kleines haus auch beim großen haus ist keine decke ja aber dann ist so eckig es fehlen drei blöcke 69 bruder herz vielen blöcke da fehlt keine glück der step kommt in mamas haus ein darüber freut sie sich doch nein an mamas garten nein definitiv nein definitiv nein warte ich schon alleine nein wo soll er denn sonst zu hause warum sollen wir einen in eins bauen ja weil das schöne ist aber es ist materialverschwendung der heilige jepp hallo ja guck ein bisschen respekt die heilige heilig welche auf der nase mein freund ja der ist mehr wett als du ich weiß aber das hat er überlebt wenigstens länger als nein bitte nicht wer würde sie jetzt kommen dass irgendwann opfer gemacht wird also nicht von mir sondern weil man mal richtig wird das ist ja nicht ein großes kleines geiler ein kleines geiler siehst da haben wir das theater was haben wir denn hier schwarzeichenholz wo sollen wir denn das gehe hin machen ja in der stadt ja okay zu dem bilder jump bruchstein hier geht um kies gold last tun warum habe ich eigentlich keine fichte ich neben der brücke war mein mob wer war mein mob kiste kann sein dass ich da kurz dran war nur drei stunden nehmen genommen ja für deine für deine sachen da nein für meine angel ja 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 nein du kannst ja dabei gehen wollen nicht aber weißt du woran ich das gesehen habe die truhe gesehen hat ja wieso die truhe kann doch nicht offen sein doch die ich habe videobeweis jess hör auf ich habe doch gar nicht gemacht das war scharf oder kuh das war scharf scharf oder kuh das war scharf oder kuh verstehst du das nicht das war scharf oder kuh das war ganz scharf oder murat alter die herzen was die herzen ist so lebig paar drei herzen nur verloren und dadurch gehen meine dem nein doch nicht okay gut der heilige jab kommt auf den berg was ist das eigentlich hier immer mit jepp meine herr zeigen wir gleich ich bin drei zäune ich hoffe ich hoffe ihr schafft das bis zum ende der folge ja klar dauert nicht lange das kraften dem table und ein und ein und muss auch noch ein ja den machen wir späteren aber er gibt es jetzt erst mal hey wieso willst du mein brot nicht jetzt heute ja jetzt mein brot dann es wird nacht ja ich gehe jetzt hier beim villager schlafen mir wurst ich liege im bett eine heiße nacht ich nenne jetzt ich wollte dem mein brot geben und der will mein brot nicht ja sollte die zu denken gehen er mag mich nicht mehr warum nicht die jahre nassen nimm noch eine leine es wie ihn da war zu erst mal ne paar nein du wolltest doch ein baby scharf stimmt also ist er ruhig erstmal an die leine nehmen erst mal so im hals ja am kragen so obwohl das auf dem kopf ist hä der frisst erstmal in der luft der geht rein bitte bitte der wollte in das neue haus aber ist nicht reingegangen das ist das gleiche wie der farmer meinten dumm kommst du ey wie man und frau jetzt die hat das genommen der fahrer hat das brot ja der ist auch ein paar mal nur ich glaube wenn du den fischer fisch gibt es ist das fritz fisch zwischen mama komm mal zur brücke ich komme zur brücke komm jetzt auch zur brücke ja komm mal zur brücke dann kommen ich bin bei der brücke ich bin jetzt auf die gesamte brücke lang gelaufen hier ist keiner von euch warte doch ich komme doch schon wo bist du dich nicht geht zu mama mamas haus und bist du denn da ist das an meiner rüstung nächste folge habe ich ein schönes gehen dabei um rein komm rein komm rein jetzt kommt die taufe vorhin hier oben auf dem berg 8er oben jetzt kommt die taufe und gesmin ja ich bin ich in dem eben kurzes namen stellt ich muss eben das kurz benennen wo die idee der boden muss aber mit mit wolle sein wir machen wir dann aber kann er dann überhaupt das essen oder ist er kann ja nichts essen wenn das wolle ist ja egal er stimmt eh nicht okay dann sind wir sind da gibt es überhaupt bei baby schaffen hoffentlich so 321 ja ich glaube es gibt bei weh schaffen nicht gut wenn wir den kehlendorfter dann das namensschild nein das ist vergeblich du brauchen wir eh nicht mehr warum das weitere job den zweiten job also neuer versuch aber hast du zufälligen namensschild ich hoffe das war jetzt so wenig spannend musik wir haben es gleich vertraut uns was für ein skill was für ein epische gameplay ja ich hab mal am schild aber ich will trotzdem nicht meine verschwenden ich habe einfach meine keine am schild ja ich hätte doch eins gegeben eine ich habe riko 1 gegeben stimmt du hast dir riko gegeben ich habe ein trikot geben und du hast ein trikot geben aber ich schwebten sie neue schaffe hierher ich hoffe es funktioniert diesmal weil sonst dann liegt es am server da wirst du mal erwachsenen 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 schaf mitgebracht ein erwachsener jetzt die kommen hier oder doch ist mir mit 2b die kommen hier mit einem b ja hoffentlich ja das habe ich bei 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 wozu mit den sommer namen schild für schwerter oder so für tiere vielleicht verwandelt sich das ja auch nicht gleich doch eigentlich auch eigentlich schon es ist von selbstsehlich eine gar nicht mehr okay ich bin dann kurz noch mal weg weil mich ja wir haben ja zeit ist das tod schon noch sieben minuten ja ehemann seitdem du gestorben bist habe ich keine rüstung mehr was sagt ihr das das machte sehr aufschlussreich wir bauen jedoch rüstung du hast dann die dattel voll mit materiale eisen deckweise eisen diamanten wie alles alles ja und okay erst ein bisschen übertrieben okay versuch nummer zwei wüsste denn ja ich komme jetzt meinem haus raus hier ist was los ich habe nur noch zwei namensschilder also jetzt mit das was ich jetzt im moment habe ich habe ich noch drei aber das ist ich glaube ich werde das überlegen diesmal gehe ich aber nicht über die ganze brücke vertraut mir machst du einen auf den mlg profil ja ohne wasser ja ich sehe das doch den schaf einfach in den augen ich habe gerade deinem vater die augen geguckt das reicht zweiter versuch es wurde also kommt schon dann liegt ein server es ist ja ein server wir sind gar nicht hier ja seitdem dem zauber allerdings gelandet blöde kinder blöde kinder blöde kinder ja langweilig das ist hier langweilig ihr könnt es ja bis zur nächsten folge rauskriegen ja mache ich auf dem privat wieso steht er jetzt hier und macht nichts ist die folge vorbei oder nicht bei theoretisch schon ich weiß was das problem ist nein wir müssen ja unterstrichen nicht unterstrich ja das war mal ein großer feld ich sagen die folge ist ja so quasi vorbei ich würde sagen die aufnahme session auch denn für mehr konzentration reicht es glaube ich bei uns allen heute nicht mehr aus okay und in diesem sinne bis zum nächsten ich bin wieder mein fahrschluck bis zur nächsten folge sage ich einfach mal haltet die daumen dass die kinder irgendwann wieder normal werden das wird nie passieren draußen stehe gering aber wir können ja mal gucken ich liebe euch kinder wer stirbt hier gerade bei mir ähm ich bin in den lagerfeuer reingefallen irgendwie warum weiß auch nicht das feuer ist jetzt aus er hat doch gesagt irgendwie ich weiß auch nicht ich stand da am gitter und bin da irgendwie reingefallen ich weiß selbst nicht wie dieses kind unfassbar ja 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 gut ja wer möchte ich habe keine lust auf letzte worte wenn ihr mich da unten unterbrechen ihr dürftet selber letzte worte wählen letzte worte ich mache den letzten versuche könnte ich mal letzte worte letzten letzten ja ich würde sagen bis zum nächsten mal mit chance haben wir übermorgen schon wieder eine aufnahme session gehabt und ihr es geht hier schlag auf schlag weiter ansonsten gibt es hier ein bisschen mehr fahren together oder was auch immer uns noch für spaß denn einfällt wir haben ja viele ideen jetzt müssen wir wahrscheinlich da noch mal hängen gehen ich geh schon jetzt wird auch noch dunkel oder was nee ich gehe erst schlafen okay er schlafen geht in meinem gewächshaus schlafen in meinem garten ich bin in einem villagerhaus wintergarten oder was weiß ich was für ein horror scheiße schläf食 schläfsch klar Bad jetzt los jetzt heute gehen jaja jaja es ist der schönste jack den wir je haben d section der weg stud seine farben das solltest du papa gar nicht verraten jetzt brauche ich nicht mehr hinkommen ich dachte das war weiß das woher denn also da ist das meine lieben ich weiß dass noch mal zu dem zaungehege da das so ein gefecht ist in so einem kleinen ein bisschen größer jetzt aber auch sein können das gehege ist man darum dass wir überhaupt erstellen jetzt nicht er guckt mich noch an siehst du das von hier oben ja ich sehe von da oben meine ich nicht von jungen dieses scharf leuchtet in verschiedensten farben ja und jetzt noch mal als erklärung für die zuschauer das ist wie geschrieben klein und das unterstrich am ende also klein jb ja und dann kommt nur unterstrich unterstrich kannst du es einmal in chat schreiben ich habe schon warte so wird das geschrieben auf das name tag wenn ihr eins gefunden habt unterstrich vorne gemacht oder dahinter genau okay das unterstrich kommt dahinter genau so sieht es aus und wenn ihr dann einen irgendwo ein neben tag mal gefunden habt könnt ihr ein scharf mit jeb unterstrich damit bezeichnen so und dann habt ihr so ein schönes buntes schaf und es gibt auch noch was anderes irgendwas mit einer kuh aber das zeigen wir uns jetzt zeigen wir euch jetzt tatsächlich erst nächste folge so oder wenn die aus oder über überliste oder jetzt dürfte gehen wir sagen einfach mal tschüss bis zum nächsten mal ciao und bei bei tschüss tschüss Vielen Dank.